oh nee ein schieberätsel wow nimm's weg nimm's weg ich bin hier gerade alles gut ich hab's du brauchst erstmal auch die buffen teile dafür dann kannst du es auf hart auch schaffen ich hätte damals mit dem kollegen vor langer zeit auf der xbox hätten wir es damals geschafft das ding auf auf albtraum durchzuspielen weil da darfst du keinen als mal darfst du nicht sterben was zum danke ganz ehrlich ich hab's aber auch das ist die normale funktion eines aufzugs aua so der aufroll ich bräuchte bei den angelieferten cryokisten mal deine hilfe und ich danke für den lörg hey tack bist du da leck mich sam mein job war es eure erste hierher zu fliegen nicht sie abzuwischen sobald wir da sind du weißt aber schon dass du ein fauler sack bist tucker ich entstamme einer langen linie von faulen säcken sam lass dir von zekowski bei deiner monsterfarm helfen der kleine arsch kriecher wird alles tun um den commander zu beeindrucken diese mission ist ein gruppending tucker und irgendwann bist auch du mal was fürs team machen müssen irgendwann fehlen aber nicht heute ähm ich muss dir eine information mitteilen ich als ich gerade dieses ding zu sagen dass da war irgendwas in einem der kanister noch drin was irgendwas lebt in einem der behälter noch weiter hey denken sie an ihr chinesemodul wenn ihnen die munition ausgeht hier ich habe diese aufzeichnung gefunden als ich auf der titanstation fest sah das ist ziemlich eklig ach das video was ja wie der tut da hinten selbst noch lebt ok wer das hier sieht sollte aufpassen man kann mit chineseklingen aus leichen herausziehen und sie zurückschreudern sehen sie sehen sie äh ich habe diesen trick schon drei stunden überlebt ähm wir sehen einfach zurückschießen ein richtig richl für den infos zurück hier auch das wussten wir aber auch schon vorher wo verbegliedmaßen so Ich kann die Tür wieder nicht öffnen, ey. Ja, ich kann irgendwie nicht durch wegen der Leiche hier. Die Leiche? Ja. Hier ist aber keine Leiche. Ah, danke schön. Hab doch immer bedrohliche Musik, wenn ich versuche, über eine Leiche zu stehen. Wir sind schon wieder hier in so einem Frachtbräder, äh, im Frachtbräder drin, ne? Da gehst du nicht irgendwo, hat irgendwas weitergelebt. Ja, ja. Also irgendwo in einem dieser komischen Behälter, die ich hier zusammengesetzt habe, da war noch irgendwas Ledes drin. Warte kurz. Das Ding. Ja, nur das Ding hab ich gesehen. Der Sucherbord sagt, wir sollen weiter nach oben. Das nenne ich mal Dedication. Nicht die schon wieder. Der Regenerator. Red, wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Verbander keine Emotion an dem. Ja, ähm. Ich komme. Alles in Ordnung, Wett? Oh, voll easy, man. Ich bait den gerade, das weiß ich, use them both. Dann kletter die Leiter hoch. Ah! Lauf! Kannst du mal weggehen, danke. Ah lol, man kann jetzt da einsetzen. Dankeschön. Use Invade, genau. Warum soll ich hier eine Werkband einsetzen? Der kommt ja nicht hinterher. Doch. Vor uns. Lol. Tür wird geöffnet. Bleib mal nach. Wie tot ist das, wie? Gar nicht. Das kommt, glaube ich, noch rein, noch soweit ich weiß. What is the plan? Ich rufe die Bahn mal. Die Bahn, die kommen noch nicht. Die müssen warten erst mal. Noch einen Abgang. Ich hoffe, ich habe den wir zerstückeln ihn einfach, wenn es sein muss. Wir brauchen ein bisschen zu regenerieren. Lass mal durch. Oh Gott! Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Nice. Wieso nicht gleich? Zwei. Oh, zwei! Ich habe gedacht, man ist das als Gag. Nein. Wer geht auf die Nadelkissen. Geben wir hin. Noch ein dritter. Ah! Alter, Wett! Es ist unangenehm. Alter, weil wurde es so zerstückelt. Ich habe den eigentlich angebucht mit deiner Stase. Aber der findet... Ja, ah! Wahrscheinlich hattest du keine mehr. Hier ist genug Stase auf jeden Fall. Ich mache so mal das Ding. Habe ich sie geholt? Ich glaube. Ja. 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 Also die Waffe ist nicht für den geeignet unbedingt. Welche? Meine Shotgun. Hinter dir! Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Ich will Geduld. Ja. Haben wir ja. Macht euch kein... Kein Sch... Ah! Nimmt das Ding runter von mir. Nein! Ah! Red, da kommt die Bahn. Die Bahn ist da. Oh Gott, nicht schon wieder. Alter. Mittelstation. Ich glaube, ich habe keine Scheiß-Munition mehr. Oh Gott, ich hasse diese Dinger. Okay. Ich bin jetzt beim Zug. Hast du nichts mehr wirklich? Offener Alter an der Mittel- und Achternstation. Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Und was ist mit der Mittelstation? Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Ich habe in das Vieh so viel Schuss geballert. Ja, die halten auch aus ohne Ende. Nächster Halt. Kommandoturm. Red, ich brauche mal hier deine Hilfe. Finger wieder einhalten. Mhm. Auch wieder das Spiel. Das ist mein Job, Max. Das ist eigentlich das hier. Oh, Kost. Konische Streuung. Nice. Die habe ich. Ich schüsse die Karte zum Kommandoturm. Ach, da kann ich die zweite Konische Streuung reinpappen. Äh, könntest du dich richtig gesehen. Geh weg! Ach, das Ejakulationsfeld. Das ist ein oberes Tool, ne? Konische Streuung. Oder was ist das für ein Tool? Ach so. War. Das ist ein Shotgun-Aufsatz, ne? Ich will unbedingt Shotgun. Ich habe jetzt eine Shotgun-Jatelli-Tatelli-Waffe. Oh, das wäre nice, wie ich das bauen könnte. So, was willst du bauen? Guck dir mal meine Waffe an. Also, ich komm. Das ist jetzt das Ding raus, Klapphausen. Okay. Aber das Ding muss noch weiter modifiziert werden. Ich kann dir das dir anbieten. Hast du es auch den Hammeraufsatz? Den Hammeraufsatz? Es gibt ja, du kannst das Ding wie so einen Hammer schwingen, ja. Weil ich habe doch was anderes dran gebaut, Video. Weil wenn du um den speichern möchtest, dann sollten wir lieber zum Kommandoturm schnell aufbrechen. Ich hoffe, dass da gespeichert wird. Gleich, gleich. Ich sag's dir nur. Hä, untere Tool-Spitze. Konische Streuung habe ich doch dran. Hä, das habe ich ja schon dran. Bist du dumm? Nee. Ermöglichst du das Tool wie eine Kettensäge zu verwenden. GG, los, rennen wir. Los, 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 los. Äh, wohin müssen wir? Äh, zum Kommandoturm. Dann machen wir eine Nebenquest. Ich habe noch 10 Minuten. Deswegen. Weil so weiter oben vorschriftlich gespeichert steht, dann sind wir safe. Komm, zieh, jockey. Los. Äh. Ey, wie fühlt sich mein Plasma-Karte jetzt voll nackt an? Verriegelt. Ich seh dich. No. Schätze, du hast clever genug, es durch meine Sperre zu schocken. Ja, aufschlafen. Ja. Ja. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Äh, über uns. Dann fass uns noch um einen ins Spitzung. Down, ne? Da kommt noch einer. Warte mal. Da fällt mir ein, was ich doch mal meine Waffe dran packen könnte. Aber da muss ich noch viel rumexperimentieren. Ich liebe dieses Spiel. All die infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Das ist, ähm, Staser. Hm? Ich guck, was unser Bot sagt. Unser Bot sagt, wir sind auf der rechten Etage. Lass das Ding am besten fallen. Oh, siehst du ein View. Wir kommen näher. Andere war. Anderen Raum. Ja, hier hinter wahrscheinlich. Äh. Da klebt doch was da an dem, an dem Vent, oder? Hier. Wo ist das kalt und nass drauf? Da muss man erstmal in den Halsepumma. Ich mach das, Loni. Wow. Geile Mucke. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäne-Abregelung aktiviert. Und, ähm. Nein. Ich sehe hier was von der Quarantäne-Abregelung. Alles okay bei Ihnen? Nicht, ist okay. Ich bin eingesperrt. Aber eine der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich da nach oben, so weit ich nicht mehr angegriffen werde. Hey, wo muss eine Überbrückung sein? Aber gut, ich habe das Wässer auf mir drauf, dass du. Laserschmeise. Wir müssen die Überbrückung finden erstmal. Ich habe es gefunden. Red, gehen wir mal kurz, give it a moment, Cover. Ja, es gibt einfach was. Ich habe einen. Nicht mehr lang. Ach, scheiße. Ich fange weiter wieder. Äh. Ich habe es gleich. Einen habe ich. Nochmal. Durch. Ich bims Rambo. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Faktor an Ihrem vorgesetzten Offizier. Ja, ich bin der Terminator. Die gehen weiter, oder? Ja, weil ich will eben kurz die ganzen Sachen hier einsammeln. Die die Gegner fallen gelassen haben. Mach, warte. Wie ging das? Mach, der und drüben. Argument abgelehnt. Reich, du, macht und ruhm, Alter. Das stimmt, allerdings. Red heute in der Rolle von Fuckies, Mann, fürs Grobe. Ich lasse uns ja mal die ganzen Technischen zusammen, was Elektro-Gram betrifft, ran. Fucker. Edwards hat eine Art elektrischer Falle ausgedacht. Sieht nach was Gebastelten mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke. Erledigt. Ja, nochmal. Ich möchte hier um Patienten kümmern. Wo ist denn das Ding? Ach, da. Wo ist da? Red, könntest du mal an der rechten Seite? Ah, Leute. Ja. Danke. Normalerweise ist Elektrizität nicht so strong. Oh, sowas. Komm. Da. Wenn wir schon dabei sind, weißt du. Kannst du das Ding eigentlich schmeißen? Was für ein Ding? Yes. Ach, was auch immer das es ist. Nothing. Oh, eine Platine habe ich gefunden. Nachladen-Clip 1. Nice. Das ist super für was grobes. Ach, geh weg. Danke. Ich bin gar nicht wegfliegen immer. Oh, was ist das? Lasten auf drei Personen. Ich will doch nur speichern. Ich glaube, er ist tot. Jop. Munition. Äh. Ja! Schäfte, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung inventieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ich hab's auch erst gewusst, nachdem ich's ausprobiert hatte. Nur zu. Steig in den Gravitationskiss. Und ja, Porte 2. Das wäre eine gute Idee, schon auch gemacht. Ich dachte, wir könnten mal Porte 2 im Korb spielen. Das können wir auch machen, Mann. Das wollte ich mal jemanden mal fragen. Die Umweltsteuerung ist kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Sorry, Tune. Autorized Personal only. Das wurde klar. Easy. As long as I got my suit and tie. As long as I got my suit and tie. Ja, alles voller Kotz-Boys nur. Nicht zu lang. Spaß macht es auch. So, geh mal nach... Ich mein, wenn's Spiel Spaß macht, darf's doch ruhig lang gehen. Wir werden lieb zueinander sein, Loni. Ich wünsch dir noch ne angemene Nachtruhe. Und viel Spaß später noch. Da hinten ist das Gerät. Danke. Wie die Nähe ging einfach... Red? Ja? Günther sagt was zu dir. Günther? Ja. Hol ihn mal raus. Ah, ich hol ihn raus. Also bei mir sagt er, ich bin in Ordnung hier. Go forth, my child. Das ist wie Pokémon gerade. Könntest du das nicht mal ablegen? Danke. Gerade, wenn du neben dem Knopf und deinen Maid einfach aus Jux und Tollerei umbringst. Ja, passiert auf und zu. Oh, hier, komm mal rein. Oh. Dreh-Maschetten-Modul. Jetzt kannst du dein Ding wieder drehen. Nachladen und Feuerrate. Das ist gut. Das ist so ein fastes Fuck-Ding. Haben wir da alles eingesammelt eigentlich? Partner braucht mehr Platz. Ach, lol. Alter. Von dem blieb hier nichts mehr übrig. Komm schon, hier muss man immer langsam was zu speichern sein. Das riecht nach Fein. Wait, wir haben noch 5 Minuten, ne? Etwa? Ja, hier sind überall wieder Bomben. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Computer. Sprengstoff scharf machen. Und. Zünden. Zünden. So, wo ist das Überbrückungsgek schon wieder? Aber wahrscheinlich unten, ne? Red, alles cool. Die kommen hinter dir ein paar Viecher. Danke. Alter, ich hätte es jetzt einfach gemieligt. Wer? Au. Wo ist der? Alter, die Geräusche. Ich könnte mal gucken, ob ich das über dem Rücken finde. Oh, Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Oh, nee. Ein Schieberätsel. Wow. Nimm's weg. Nimm's weg. Ich bin hier gerade. Alles cool, ich hab's. Oh, nee. Was siehst du, ne? Ich muss eben so eine kleine Schieberätsel hier machen. Komm hier auf. Was war Kombi auf dem Schieberätsel für ein Reward? Quarantäneabregelung aktiviert. ich lasse ich ja ganz gut weil ich versuche das zu verstehen das ist ja gerade ruhig du musst einfach so machen dass alle gleich sind also dass alle die gleichen anschlüsse haben ja das ist red von mir ja dass wir das müssen wir in der hand sein damit ich mit dem labern kann aber ich möchte mich das nächste mal aber da war schon wie geht es wie steht aber du ist da aber du ich werden zwei minuten kein internet mehr haben wir sehen das hoffentlich zu dass wir es bei der speicherstation finden durch die müssen wir da ja warum müssen jetzt ausgerechnet heute machen grüße an jockey grüße an dich jockey grüße zurück kommen und speicher du hund also leute fasst mich random wegschmeißt dass ich kein internet mehr habe ich wünsche euch allen super dienstag bis freitag und geht sonst zu joggern wenn es hier nichts mehr gibt abgeklappt die schwerkraft werde sind wieder normal was fänden sie schlimmer und das ist in einer der nähe ist werden sie ihn dort finden und sein geheim versteck noch ist jockey da oder jockey jockey sorry war mute nicht du sorry war mute für jede sekunde weg also ich wünsche dir noch viel spaß nein noch nicht so hier der verdammte speicherstation mal langsam geben hier dass man nicht mal separat speichern kann es nicht böse tschüss du lebst immer noch mann oh mann red before this animal lion in euro was 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 ich bin ich was du bist was ich bin ich noch da ich glaube dass du merkst das erste wenn ich weg bin komm schon speicherstation Gehen wir nach oben. Wieso bekomme ich die Million Dabberdu? Aber schön wachst du da. Und ihr alle. Bloß sind wir seit einem Haus angekommen. Mhm. Alter schon wieder so eine Scheissbombe. Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan hat. Okay. Wenn ihr mich jetzt hören könnt, das hier ist für euch. Wir müssen da hoch. Ich fühle mich, wenn ich die jetzt gerade so scheuche ein bisschen. Ist okay. Aber ich finde es geil, wenn ich die Million bekomme. Und da war du. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn da war. Hat nur gefunden, wieso, dass man wieso ist. Der Vorratsraum scheint abgeschlossen zu sein. Der Schlüssel könnte bei seinen Habseligkeiten sein. Das ist zumindest deinen Blick wert. Jo, easy, da war du. Ich guck mal eben. Ob lässt du mich hier oben? Verriegelt. Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was. Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein weiß, ist es nicht geworden, dass Sam recht hat. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan wird. Okay. Wir müssen ruhig die zweite Etage. Ganz stopp. Ja. Das hier ist für euch. Der muss schon geleitet, die Millionen. Nein! 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 Einfach mal nein. Äh... Nein. Er hat gesagt, wenn ich offline gehe, dann bekommst du die Millionen. Nein. Was? Abgelehnt. Ich suche, ob er war in der Bank. Das ist eine Kajüte. Schlüsselkarte. Be right back. Okay. Das sagte uns aber auch keiner, dass... Man konnte zwar auf die zweite Etage fahren, aber trotzdem. Wollen Sie auch gerne unnötig Munition? Äh... ja. Dann fragen Sie Red Cop. Ich habe noch 13 Schuss. Ich habe noch 13 Schuss. Career Ladders. LOL. LOL. Was ist das denn? Ich... Ich bin fast voll. So... Alles gut. Wir haben aber die ganze Kiste durchsucht. Nachladen plus einen Schaden. Ich bin fast voll. Ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Medizinische Hilfe. Du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Computer? Alle übrigen Sprengladungen zünden. Ich werde noch da? Ja. Ich habe hier zwei Upgrade. Sie können aufnehmen, nicht? Ich habe zwei Upgrade. Ich habe zwei Upgrade. Dann schweiß was raus am besten. Hier liegt so viel Scheiß rum. Ich glaube, ich habe alles. Wow! Die Mucke ist geil. Pass auf, du kannst mir, glaube ich, Schaden damit zufügen. Mit dem Hammer? Ja. Ich habe von ihm was geile Damage gekriegt. Ich habe ihn auch. Reden eure Cam. Nee, wieso? Verriegelt. Am Arsch. Wow! Danke. Wo ist das Überbrückungsding schon wieder? Aufzug müsste frei sein. Wetter, das ist heute oder gestern frei. Erst gestern war Sonntag. Aha, heute. Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Ich habe schon gesagt, dann kann ich mehr streamen. Jetzt ist nur die Frage, ob ich das mache. Ja, dann. Ich habe die Scheiß-Tür. Mit der Null-Uhr. Komme ich auch dazu. Dabei, du grüß dich. Entschuldige bitte, wenn ich Red hier gerade die ganze Zeit durch die Level scheuchen muss. Aber wir haben ein ganz großes Problem. Ach, da ist der Aufzug. Und jetzt, der ist der Weg. O und jetzt? Wozu? Der hier Einbring ist. Es ist mir vielleicht ein Liebling. wach ich geh jetzt das mag meinen nah kommen zu gut warte ich bin auch stausiert ok hier lang der ist ein bisschen verpackt oh mein gott wow wow alt ich wurde in stücke gefetzt hey ist das gespeichert ja mann nur weil du gestorben bist win win ja dann komm wieder so ein selbstmod kommando ja smackbar jockey wo hängst du rum hinter dir unten in alle einer weniger also die musik ist so perfid mann in der schweiz minutenverzögerung nicht dass ich wüsse sie sind wahrscheinlich entweder auf dem grund bin ich nicht betroffen oder also die haben uns bis jetzt nicht raus wir sind raus easy was ein blick wird ja zack hat einiges an altmaterialien gesammelt gut ich gehe jetzt zu achtern sektion und sehen wir das schade wird gespeichert das ist kein erschrocken nur im winter na gut dann können wir aber auch immer gleich zur bank noch gehen da ist unser sucher bot guck mal wie viel material wir kriegen zuerst 100.000 mal bestätigen oh wie viel wolfram der gefunden hat ich habe 111 wolfram ich habe nur 97 aber ich habe ja auch viel von den dingern eingetaucht ja ja das paar boxen 136 habe ich jetzt ich mache hier aber so einen bügel fertig ich 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 brauche nur ein bisschen mehr altmetall ein bisschen mehr halberd ein bisschen mehr wolfram ich ich warte mal ich habe noch elektronische aufladung noch gehabt maschinenblitz genommen wird nicht also i want that one du ich ich Tatsächlich weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt noch funktioniert hier. Was? Ob dadurch auch wirklich alles geskillt wäre. Wenn ich jetzt nachladen für das andere mache, ob das andere auch noch geskillt wäre, das weiß ich nicht. So. Ich habe meine Waffe ein bisschen weiter gepimpt. Ich habe die Verbindung unterbrochen. Hier. Red? Ja? Ich habe mir kurz die Verbindung unterbrochen. Okay. Bin ich noch da? Ja, du bist noch da. Guck dir mal vorhin mal. Red, noch da. Noch bin ich da. Guck mal. Huhu, fürchte. Kann sein, dass ich jeden Moment hier rausfliege. Guck dir mal meine Waffe noch an, bevor du weg bist. Willst du mal sehen? Verbindung unterbrochen. Ich hoffe, dass er es gespeichert hat jetzt. Red ist offiziell raus, ne? Das war's. Game over. Taczy, alles klar. Da war's. Beach Haus.